Wir wenden uns jetzt den neuesten Veröffentlichungen befreundeter Indie-Label zu und da stehen unsere Freunde von Diventa natürlich an erster Stelle. Das Team um Markus Zilonka startet mit vielen neuen Alben ins Jahr 2010 und den Anfang machen zwei Projekte, die für das Album Drum'n'Bass Lullaby zum ersten Mal zusammengearbeitet haben. Das Solo-Projekt Piano Chocolate des jungen Russen Mikhail Koremenko war schon mehrfach bei Extra Chill zu Gast und auch die Sängerin Alfida ist keine Unbekannte. Nein, denn sie war unter ihrem Künstlernamen Sharazad MC in Episode 68 bei uns. Die junge Dame aus Usbekistan lebt inzwischen in Moskau und dort traf sie auf Mikhail und beide entschlossen sich für ein gemeinsames Projekt. Unter dem Namen Piano Chocolate and Alfida wurde Drum'n'Bass Lullaby nun digital bei iTunes veröffentlicht und die Musik hat hörbar orientalische Wurzeln, wie in dem Song Sifkelim oder After the Rain deutlich zu hören ist. Die junge Dame aus Alles gern in Moskau und sich für ein paar vorige remarkableen quantidade. Sevgülem, sevgülem, sen gitsen Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.